Jetzt wird es wieder total entspannend. Das ist Mother Drum Healing. Heilung durch die Vibration der sogenannten Muttertrommel. Das bringt, oder? Ja, ich kann mir vorstellen, wie das wirkt auf dem Körper. Das ist eine Entspannung. Und man ist total auf seine ganzen Gefühle und lässt es locker. Also ich habe mal was Ähnliches mit Musik. Und habe richtig gemerkt, wie der ganze Körper warm wird. Vor allem meine kalten Füße. Wäre das nichts? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, was das ist. Da kommen Sie zu sich, wenn Sie unter der Trommel liegen. Ist wahr. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, für was soll das gut sein? Also das Mother Drumming, das klärt das ganze Feld. Also das Energiefeld in einem drin. Und es reinigt. Und diese Schwingung, die ist sehr heilsam. Was soll das reinigen? Ihre Seele. Also Sie glauben nicht so dran? Nein, ganz grüß nicht. Jetzt warten wir mal, bis die Frau rauskommt und fragt sie. Wichtigste oder was meistens spürbar ist, ist der Rhythmus. Der geht durch und durch und man hat wirklich das Gefühl. Die Erde vibriert mit. Also die ganze Schwingung, die geht durch den ganzen Körper hindurch. Das ist unglaublich. Das ist schön. Lass es fliessen, lass es spriessen. Es ist einfach schön bei den Kräutertagen in Mühlhausen. Das ist einfach so großartig. Vielen Dank.